Das Artemis ist eine geheime Klinik für Kriminelle. Dieses Krankenhaus ruht auf Vertrauen und Regeln. Wenn du wüsstest, was sie dir allein mit dieser Kaffeetasse antun kann. Ihr Glück, dass es hier Regeln gibt. Besuchszeit gibt's hier keine. Hotel Artemis. Ihr solltet vielleicht mal Duftkerzen kaufen oder sowas, denn es riecht, als wäre hier jemand gestorben. Ist so. Im Kino.